Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Bugs Bunny Crazy Castle. Ich muss mich entschuldigen für meine seltsame Stimme heute, ich bin leicht verkühlt, also kein Wunder, also nicht wundern, wenn die Stimme heute anders klingt als sonst. So, was haben wir da? Kommen wir gleich zum Spiel, hier haben wir Bugs Bunny Crazy Castle, also das vorherige Bugs Bunny Bugs Bunny Blowout hat das geheißen, war ziemlich geil, mal schauen wie das so ist, ob das hier anschließen kann. Ich kann es nur schwer vorstellen, weil Bugs Bunny Bugs Bunny Blowout war schon ziemlich lässig. Okay, hier gibt es so ein Passwortsystem, brauchen wir jetzt nicht, hier schatten da jetzt einfach so rein. So, fünf Leben am Anfang, es gibt eine High Score, eine Score, zum holen, bezweifle irgendwie, dass das Ding die High Score wirklich speichern kann. Weißens wird es ja kein Passwortsystem geben. So, ah ja, ich glaube ich kenne dieses Spiel, zumindestens, ich darf nicht in die Gegend reinlaufen, nehme ich mal an, wenn das dann Gegner sind. Und da kann ich, jetzt hier, aha, was ist das? Ich habe hier einen Handschuh geschossen. Komm, freie Karte, aha, okay, das kann ich auch nur einmal machen, oder was? Scheint so, und jetzt ist es weg. Gut, das geht nur einmal. Wie gehe ich jetzt in diese Tür rein? Ah, ist es nicht, rauf ist es nicht, runter, ah, rauf und runter, okay. Sehr fern. So, da gibt es noch eine Karotte zum Holen. Wir wissen, Hasen ernähren sich ausschließlich von Karotten, zumindest bei Bugs Bunny Spielen. Was ist das für ein Geier? Es ist total irritierend, dass man nicht springen kann. Aha, so, ich habe es runtergeworfen, jetzt ist es kaputt. Brauche ich das runter, ist auch kaputt. Ich möchte da rauf gehen. Sehr gut. Katze geht darüber, juckt mich nicht die Bohne. Ja, das stört mich hier natürlich wieder, dass der Bildschirm hier so nachgeht, so dass man immer in die Richtung, in die man geht, relativ wenig sieht. Ist es finde ich eine fragwürdige Entscheidung. Wenn es nun überhaupt eine ergebende Entscheidung war, oder einfach nur Murks, einfach nur irgendwas gemacht. Das kommt mir ja so vor, immer. Man will auch mehr Sinn in die Richtung, die man geht, nicht weniger. Ist es doch Logo. Das haben auch damals schon viele gecheckt. So, da geht's. Ich habe nun wieder den magischen Handschuh, mit dem ich einmal die Katze killen kann. Okay, da komme ich nicht hin. Aha, und das ist sozusagen die Herausforderung, ist immer alle Karotten einzusammeln. Ich möchte da eigentlich unten weiter gehen. Nein, ich mach so. Ich möchte da nicht rauf gehen. Nein, ich möchte auch nicht runter gehen. Ich möchte einfach da. Nein, ich muss da irgendwie rauf gehen. Es geht nicht ohne rauf gehen, interessant. Ah, da muss ich, ich verstehe, schau. Ah, ja, 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 da hat mich die Katze erwischt. Okay, das war nichts. Nochmal. Treppen muss man nicht gehen, Stufen muss man gehen. Okay, ich schau, dass man sich da möglichst weit rechts alles abgrase. Abgrasen, wie viel shit. Und jetzt killt mich der da wahrscheinlich? Nein, nicht der mal. Sehr gut. So, da haben wir alles geholt. Uah, schnell weg hier. Karotte geholt. Da möchte ich jetzt rauf gehen. Was macht er da? Der kommt da jetzt entgegen. Der sagt da gar nicht. Geh darüber. Kann ich den eigentlich so immer einfach weglocken? Scheint so. So. Hey, come on. Was ist da jetzt so weit drüber? Ich wollte da eigentlich gar nicht tief gehen. Ich habe doch schon längst nach links gedrückt. Komischer Fehler irgendwie. So, nochmal. Von vorn. Ich habe noch, wenn man auf der Treppe ist, kann man nicht mehr umdringen, glaube ich. Die Treppenanimation rauf und runter geht, kann man offensichtlich nicht mehr abbrechen. Das ist aber irgendwie ganz schön mies. Schauen wir mal, ob das stimmt. Ja, kann man nicht abbrechen. Wenn man auf der Treppe ist. So, Katze gekillt. So, Treppen besteigen muss man sich gut überlegen, weil das kann man nicht abbrechen. Was natürlich super miesig ist, wenn man nicht so weit zieht. Mei, das ist echt nicht gut gemacht. Gut, mal leid. Aber das ist echt nicht gut gemacht, wenn dem so ist. So, ich möchte da jetzt rauf gehen. Ich möchte da rauf gehen. Jetzt schiebe ich das vor mir hin. Ich möchte da rauf gehen. Komm her, Katze. Kann ich das im Kopf haben? Katze, Katze, Katze. Ich möchte die Katze. Komm schon, Katze. Komm, 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 komm. Jawohl, das geht. Sehr gut. Finde ich gut. Ja, das Spiel ist cool. Wackt man total. Kenne ich aber von... Ich weiß nicht, das war irgendein Beispiel. Das ist ganz genauso abgelaufen. Aber vielleicht fällt es mir noch ein, wie es geheißen hat. Ich weiß nicht. Vielleicht ich auch Bugspanne. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist ein cooles Spiel. Ich weiß nicht, das ist ein cooles Spiel. Ich weiß nicht. Aber das ist ein cooles Spiel. Ich weiß nicht. die sicht ändern kann ich weiß ich war lange viel aber es macht nichts aber das macht nichts ja aber da ein bisschen anspruch haben wollte nachhinein ist besser zu wissen ist nicht immer leicht als mit der kameraführung ist unverzeihlich mindestens kann man doch ist ja nicht so schwer das kann man ja machen gekommen dumme katze du nervst wirklich kann ich darüber gehen da kann ich nicht da kann ich durchgehen da kommt die katze wieder wenn wir schießen nein ich kann nicht beschließen schnell weg wie komme ich da in ihrer aufgeschaut da da wo ist hier meine karotte anzug rote karotte next stage ja ist ein cool spiel hatte schwächen ist ein cooles geben dennoch ein bisschen mehr collector wie ich mir da auch noch wünschen aber ich meine gibt es gerade im allein sammeln muss ich ja auch schon mal was ein bisschen abwechslung ja vielleicht auch nicht oder sagen aber die animationen von den stufen ist schon hübsch gemacht oder von diesen treppen für türtreppen da ist ja furchtbar ist eine lange stufe da ja was ist jetzt los weißt du nicht was das bringt ja 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 glück gehabt ich hätte gedacht ich habe noch einen handschuh zum schießen keine handschuhe mehr gut einmal geht es noch einmal geht es noch bin schon bei über zehn minuten also kann ich sage mich zocke gegeben zumindest zehn minuten alles ein ganz gutes geben was es kann man auch länger spielen wieso das ist jetzt los da kann ich nur einen kill mit diesem blinke blinke ding okay egal eins geht noch eins geht es geht so eine lange treppe und da kann man nicht mehr stoppen wer sich sowas einfangen lässt es geht herunter und ich kann da nicht mehr aufgehen das kann die rechnung nicht mehr wechseln und ich habe kaum was gesehen und bin in die gegend reingelaufen ja 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 ist cool hat seine schwächen dennoch ja aber kann man spielen ist was ganz anderes als bachs bahn ist plötzlich blauer bachs bunny crazy castle kann man eigentlich auch zocken ganz lustig schaut dass man sich zurzeit spielen kann aber vielleicht auch schwierig zum umsetzen gewesen wird mir doch die schnelle auch nichts einfallen ja gut werden wir wieder mal so weit ich sage danke fürs zuschauen wenn ihr noch mehr von mir sehen wollte ich habe schon jede menge es gibt gesagt die seht ihr alle da drüben auf der rechten seite und wenn jemand daumen hoch da lasst freue ich mich besonders und unten abonnieren und wenn ihr das geben von kindheit kennt lässt wo ich was da ein kommentar oder so ja wie es damals so war würde mich auch interessieren gut leute